Tra-tra-tra-la-la-la-tra-tra-tra-la-la Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da! Hoi, Mitten und All! Sind ihr alle da? Ja! Super! Also, auch die Deck am Dömer, die Grosse und die Kleine? Ja! Also, ihr müsst jetzt eure Ohren spitzen und Pulsionen ersellen und müsst jetzt alle sitzen und auch euch gleich wieder in den Gacht weiterholen und dann geht das Kasperli-Stück an! Heute ein Kasperli-Stück heisst... Der Meri-Sor! Komm doch, so ne Seminde, hab ich nicht vont Frau Schmitt Judah Schmitt Und vergessen mich nötigen Sie etwa die Leila cheddar noben und jetzt Essential ...?! Nein! Nein, ich habe meine Hände vorgekommen. Frau Schmidt! Hallo! Frau Schmidt! Ich komme! Wo ist denn mein Mann? Frau Schmidt, ich glaube, wir müssen mal etwas zusammen sprechen. Eher Mann, das ist ja so ein...loser, hä? Also ich und die Köpfe, hä? Wir zwei haben ja mal auf mein Fenster geflucht. Und dann haben wir gesehen... Der ist ein Leichen-Schänder. Ah! Wuuuuh! Ich will... aus ein Decken im Ehep sărchen. Da können wir nur innen entdecken. 으로 phäder. Ein der Weggüten zusammen! Unserer Weggüten Userer Song Song Heutdäme! Ich habe ja dem Kasper nichts, dass ich da bin! Seid still! Seid still! So schmeckt es! Ich nehme es dir leicht, nämlich! Kasper, pass auf! Kasper! Wie was die Kinder meint! Achtung! Achtung! Es ist doch nicht mehr! Ist doch nicht mehr! Heutdäme! 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 Frau Schmidt, ich habe dir eine Pipa-Bäubige! Sie sind jetzt mehr, als ob sie ein lebender Parall wäre! Und ich stehe hier neben dem Sarg! Und wenn der Herr Schmidt so verschrickt, dass er hinten sich stoppt, dann mache ich ihm gerade den Sorddäckluch und er kann dir nicht mehr machen. Was war das? Heisse! 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 Ich stehe da! Das ist doch lebendige Faraaue! Heisse! Ich bin Fein, ich bin Fein! Heisse! Vielen Dank.